Hi, heute gibt es mal was ganz schnelles und zwar das hier. Das ist ein Bacon-Goodness-Bratwurst-Baguette. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier sind die Zutaten, die ich für mein schnelles Bacon-Goodness-Bratwurst-Baguette brauchen werde. Ja, los geht's mit den Würstchen. Da sind sie. Die Bacon-Goodness-Bratwürste von yourbeef.de. Könnt ihr ganz normal online bestellen. Schmecken wirklich hammermäßig gut. Kann man so als Würstchen essen oder eben halt auch weiterverarbeiten. Und das machen wir heute. Ich habe hier ein schönes rustikales Baguette und noch ein paar Scheiben Emmentaler Käse. Und das ist alles, was wir brauchen. Der Grill, den seht ihr an der Seite, der heizt gerade auf. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um das Baguette. Das Baguette habe ich erstmal längs halbiert und jetzt wird es halt noch aufgeschnitten. So sieht das Ganze dann aus. Dann schnappen wir uns die Bacon-Goodness-Bratwürstchen. Gehen dann mit dem Messer einmal an der Seite drauf, dass wir die Haut abziehen können. Und dann legen wir das Würstchen auf das Baguette drauf und schmieren es, als würden wir uns ein richtig schön dick belegtes Mettbrötchen machen. Hier sieht man noch so ein bisschen was von der Bacon-Goodness-Rub, die da drin ist in dem Würstchen. Also das ist nicht nur der Name, sondern da ist wirklich die Bacon-Goodness-Rub auch drin. Dann haben wir die Möglichkeit schauen, dass es gleichmäßig dick bestreicht. Denn gleich werden wir das Baguette auf den Grill geben und wollen natürlich dann, dass die Fleischmasse überall gleichmäßig durch sein wird. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Wie ihr seht, ein Würstchen passt wunderbar auf ein halbes Baguette. Ich bereite die anderen jetzt vor und dann geht es gleich weiter. So, die Baguette-Hälften sind jetzt mit der Bacon-Goodness-Bratwurst bestrichen und der Grill ist vorgeheizt, also legen wir sie mal auf. So, der Grill ist ordentlich vorgeheizt und wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir den Grill eingerichtet für direkte und indirekte Hitze. Auf der direkten Hitze, da schnappe ich mir jetzt hier die Bacon-Goodness-Bratwurst-Baguettes und lege die jetzt erstmal auf und grille die ganz kurz auf der Fleischseite an. Machen wir den Deckel wieder zu, sagen wir mal so maximal zwei Minuten, das sollte vollkommen reichen. Zwei Minuten später, Leute, ich kann euch sagen, das ist ein Duft hier im Carport, der Hammer. Wir machen mal auf und schauen mal, wie das Ganze sich hier so verhält. Ja, das sieht schon super gut aus, ja, ihr könnt das sehen. Lege ich jetzt hier mal beiseite. Jawohl. So, die Baguettes sind jetzt angegrillt hier drüben und die werden jetzt noch mit Emthaler Käse belegt. Wenn ihr da jetzt Geriebenen hättet, wäre das sicherlich auch kein Schaden. So, und dann lassen wir jetzt eben unsere Baguette auf der indirekten Seite noch gute fünf Minuten grillen, damit eben der Käse schmilzt. Jetzt also, Deckel zu und auf fünf Minuten warten. Fünf Minuten später, bei rund 200 Grad, lupfen wir den Deckel vorsichtig und tadaaa. Ich würde sagen, die Bacon-Goodness-Bratwurst-Baguettes sind fertig. Nehme ich jetzt runter vom Grill, dann können wir anschneiden und probieren. So, da sind es jetzt also meine Bacon-Goodness-Bratwurst-Baguettes. Und ja, da schneiden wir jetzt mal ein Stück von runter. Das Brot innen drin noch schön weich. Bratwurst-Sprayt, schön durchgegart. Schönes Fingerfood. Und ja, dann wird jetzt probiert. So, da habe ich mir jetzt hier mal so ein Äckchen abgeschnitten von dem Bacon-Goodness-Bratwurst-Baguette. Und ja, dann wird jetzt auch mal probiert, ne? So, das Brot schön kross. Die Wurst allerdings, und beziehungsweise das Wurstbrät, kein bisschen trocken. Liegt daran, die Bacon-Goodness-Bratwurst wird zum Teil aus dem Rindgrundbrät gemacht. Und dann kommt da noch Schweinebauch mit rein. Das heißt also, die wird und bleibt super saftig. Wer die schon mal auf dem Grill hatte oder auf der Deutschen Meisterschaft bei mir am Stand war, da hatte ich mal eben kurz 5 Kilo davon weggegrillt. Die waren eben nur, waren die weg. Also die Wurst ist wirklich richtig, richtig lecker. Könnt ihr bei yourbeef.de bestellen oder eben bei Harald Kiesinger in Tübingen in der Metzgerei direkt mitnehmen. Solltet ihr jetzt keine Bacon-Goodness-Bratwurst zur Hand haben, ich glaube mit einer groben Bratwurst könnte man schon mal starten und gucken, ob einem das so gefällt. Ihr solltet das auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Wir sehen uns so jeden Dienstag und Donnerstag mit neuen Videos. Solltet ihr das Ganze gerade auf eurem iPad, iPhone oder Tablet schauen, und der Link zum Abonnieren ist unten in der Infobox. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jan von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.